Herzlich Willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Bessky und der Kanal heisst Freecamp Live. Ich stelle euch heute diesen Campingplatz vor am Lago Maggiore in Italien. Der Camping heisst Lago Camp. Aufgrund dessen, weil der Campingplatz eher kleiner ist und viele Leute, viele Gäste jetzt anwesend sind und das vielleicht nicht alle mögen, dass ich da mit der Kamera herumrenne, werde ich jetzt da nicht so alles detailliert erklären, sondern es gibt jetzt eine Einspielung und dann seht ihr wie es dort auf dem Campingplatz aussieht. Also viel Spass dabei. Eingangsbereich von diesem Campingplatz. Ja, die Zufahrtsstrasse ist schon ein bisschen eng, also für ganz grosse Wohnmobile ist das nicht so geeignet. Kleiner Spielplatz und ein kleines Restaurant sind auch noch vorhanden. Kleiner feiner Minimarkt hat es auch noch, wo man das Nötigste bekommt. Also kurz, kurz, kurz. . Kann maswaaaas klingeln! speeches piep Messup Es ist einfach selten, aber dann stetünft specifications. Denn du kannst es so heben. ». Da sind noch feste Plätze. Bis an den See herunter. Gegenüber von diesen festen Plätzen gibt es noch Mobile Homes, die man mieten kann. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Witzehäuschen sind ganz einfach gehalten.